Ich heiße Resi Bramlage, wohne in Dinklage, habe sechs Enkeltöchter und wir haben vor 20 Jahren gebacken, Plätzchen gebacken und das Motto war Opa Resi back mit ihren sechs Enkeltöchtern und das wollten wir jetzt in diesem Jahr wiederholen, weil es 20 Jahre her ist und somit haben wir den dritten Adventssonntag gewählt, wo alle Zeit haben. Mein Name ist Gina-Lisa Gerken, geborene Bramlage und wir sind heute hier bei Oma Resi nach 20 Jahren zum Plätzchen backen mit allen sechs Cousinen. Genau und das ist ein total schönes Event, dass wir das nach 20 Jahren nochmal wieder machen, wo wir auch jedes Jahr dieses Zeitungsfoto bei Oma in der Küche hängen sehen an Weihnachten. Genau und deswegen eine ganz schöne Erinnerung, die heute nochmal lebendig wird. Backen mit Oma ist toll!